Musik 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 Im Sommer des Jahres 1837 wurde in der Nähe der Alt-Berliner Jungfernbrücke ein Laden eröffnet Über dem zu lesen war, Dick und Dag, Dienste aller Art Vom Knopf annähen bis zum Entrosten des Nagelbrettes für die Erben eines Verkehrs reichten die Wünsche Schnell waren die dicke Dags überall beliebt Besonders dicke Freundschaft bestand zu ihrem Nachbarn, dem Sattlermeister August Pickel und dem Guckkastenmann Der täglich mit seiner Tochter an der Brücke die neuesten Bilder aus aller Welt zeigte Jetzt ist es früh am Morgen Und das geschäftige Leben und Treiben an und auf der Spree nimmt seinen Anfang Über allem schallt laut die Stimme des Guckkastenmannes Riskieren es eene Pupille vor det neueste von det jivsene Herrschaften Heile Hahn war wieder en parians dolle Knüller Hier jibt et kinje eimse Hier kann jeda keken Bloß für ihn Silberjorschen Dick und Dag sehen in ihrem Auftragsbuch nach Was haben wir denn heute als wichtigstes zu erledigen? Aha Zuerst die reparierten Helme zur Wachkompanie bringen und dann den Kammerdiener des türkischen Gesandten vertreten Die Heime sind noch bei August Pickel in der Werkstatt Er sagte mir gestern Abend, dass sie alle fertig seien Ich möchte nur einmal wissen, warum bei der Wachkompanie so viele Helme beschädigt werden Fast jeden Tag müssen wir ein paar Totelf verbeulte abholen Mann nicht so eilig Ihr Beten Wollt er nicht mal Rasch in meine Kiste linsen Detail ja neueste von die krierischen Türken Das er siehe ich Ich miehe mal an Eine tolle Sache Gott lieb Während Dag begeistert guckt Winkt das Mädchen dick zu sich heran Tu mir doch bitte den Gefallen und gib diesen Brief meinem August Vater hat zwar nichts dagegen Wenn ich ihm schreibe Aber hiervon braucht er nichts zu wissen Dick verspricht es Unter Freunden sind solche Dienstleistungen natürlich ganz umsonst Dann ruft Dag Du Dick Komm doch mal her Das Bild von der türkischen Truppenparade musst du dir ansehen Bitte höflichst Beim Betrachten von det Bild hier zu beachten Links der Sultan ertrug stets enen Turban of Mditz Weiter vorne sein Krier heute mal als stolze Silletraien sämtlich of Mkop enen zu Jespitzen top Dieser Hart Aus Stahllehierung Dient nicht bloß so zur Verzierung Denn kein Feind wollt sich Jett trauen Oben auf det Ding zu hauen Det erklärt Warum die Scharen Sultan Ehlers siegreich waren Manchmal ist et eben Jett Trägt man Spitzen uff em Hut Ein prächtiges Bild Gott lieb Hast du noch mehr davon Von de Türken nich Eba da is nochen feinet von letzten Hofball Das werden wir uns ansehen Wenn wir zurückkommen Jetzt müssen wir uns sehr beeilen und unsere Aufträge erledigen August Pickel erwartet die beiden schon Hier sind die Helme für die Wachkompanie Ihr werdet sicher wieder ihnen Schwung neue mitbringen August hat durch die Helmreparatur eine Lebensstellung Aber dass ihn immer nur diese eine Kompanie beliefert Vor dem Zeughaus ist die Wachkompanie angetreten Irgendetwas scheint nicht geklappt zu haben Denn der Feldwebel schimpft fürchterlich Det enisch garantiere ich sie Krause Wenn sie mir noch einmal mit ihrer Nese die ganze Richtung vermasseln Denn wert Ich tükschen Die Nese gehört ins Schlied Verstanden Ziehn es es eh ein Lejen es eh es eh an Sie alla dussel Sie Melde je hoh samst Herr Feldwebel Meine Nese ist so je axen Nu is et jenuch Mir erst die Richtung vermurksen und denn frech werden Jetzt wissen wir endlich Wer die Helme kaputt macht Dafür sorgt der berüchtigte Schleiferkollege Aber diesem Rüpel werden wir mal Manieren beibringen Auf dem türkischen Guckkastenbild haben wir ja gesehen Wie man sich am besten gegen Hebe auf den Kopf schützt Der Feldwebel ist gerade dabei Die Helme weiterer Soldaten zusammen zu dreschen Weil er an ihrer Haltung etwas auszusetzen hat Als er Dick laut den verhassten Spitznamen Schleiferkollege rufen hört Wutschnaubend stürzt er auf Dick zu Der sich wohlweislich den mit einem Nagel bewährten Helm aufgestülpt hat Schleiferkollege Ruf Dick noch einmal Da saust auch schon der bekannte Jagdhieb des Feldwebels mit voller Wucht auf den Helmdeckel nieder Gejudelt wird meistens nur in Bayern In Preußen tut man das höchst selten Hier aber judelt ein preußischer Feldwebel Dass die Spaziergänger im Lustgarten stehen bleiben Um andächtig den wehmütigen Klängen zu lauschen Der ist ein für allemal kuriert Dick Nur schade, dass wir da durch August Pickel das Geschäft verdorben haben Sag das nicht Ich weiß was Neues Höre und staune August Was wir für eine großartige Erfindung gemacht haben Ach Lasst mich in Ruhe mit euren Erfindungen Nanu Dir ist wohl eine Laus über die Leber gelaufen Alter Brummbär Aber warte Du wirst gleich Augen machen Aus diesem Blumentopf bauen wir dir einen Helm So schön und so zweckmäßig Wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat Die Spitze ist jetzt nur eine Schusterale Später kann sie vergoldet werden Nun noch ein paar nette Verzierungen und schon Ist das Prachtstück fertig Das bald der Stolz der ganzen Armee sein wird Nun dreh dich doch schon um August Und schau dir's an Ich weiß Ihr ment etjat und wollt mir Uffinnung tan Ebal liest euch erst mal durch Wart mir Emma schreibt Lieber August Seitdem ich das Bild vom Hofball im Gokesten gesehen hab Lässt mir das gar keine Ruhe mehr Geh mit mir auf den Hofball Sonst heirate ich dich nicht Emma Und darüber ärgerst du dich August Geh hin und rede dem Mädel den Unsinn wieder aus Wart sich Emma eh ihn mal in den Kopf gesetzt hat Lässt es eh sich nicht mehr ausreden Lass uns nur machen August Wie wollen wir ihm helfen Dick Was machen wir Wenn Emma nicht mit sich reden lässt August bekommt nie eine Einladung für den Hofball in Potsdam Und wenn Was sollen die beiden anziehen Kommt Zeit Kommt Rat Dag Auf keinen Fall darf wegen dieser dummen Idee die Verlobung zwischen den beiden in die Brüche gehen Schau nur Die da drüben verstehen sich besser Dick meint das junge Paar Das auf der Brücke freundschaftlich miteinander plaudert Ein Lampenputzer geht vorüber und streift mit seiner Leiter ein Paket Welches das Mädchen auf das Geländer gelegt hat Und schon ist das Unglück geschehen Ach du heili je bim bam Paule Wart nu Da ist doch det ballkleid von der Frau je eimen Oberkammer je ja meist das ja tin pivkendrin Wart fällt euch denn ein Wohl vom wilden Affen je wissen Wart Nein Herr Äppelkarnadmiral Wir wollen nur das Paket retten Aber ein Qualm ist das hier Dass man nichts anderes erfunden hat als diese Kohle beheizte Bügeleisen Ich kann schon fast gar nichts mehr sehen Na Was sagen sie dazu Wertes Fräulein Kaum im Wasser Und schon gerettet Mal sehen Wie's da drin aussieht Paule Halt mir feste det ist zur Wille vor mir Frieda Nu isse unmächtig je worden Kein Wunder bei diesem Anblick Wart wird bloß die Frau je eime Kammer je je meistern seien Gar nichts Gestatten Dick und Dag Dienste aller Art Wir richten das Kleid wieder erstklassig her Die Digi Dags müssen Frieda versprechen Das Ballkleid mit aller Sorgfalt zu trocknen und zu bügeln und es persönlich bei der Frau Pivken abzuliefern Das machen wir natürlich ganz umsonst Nicht wahr Dag Weißt du denn überhaupt Wie man so ein Ballkleid bügelt Dick Na klar Einfach immer hin und her Ich muss das Eisen mal schwenken Damit die Glut mehr Zug bekommt Du brennst mir ja die Nase Du Tulpasch Ich muss das Eisen mal schwenken Damit die Glut mehr Zug bekommt Du brennst mir ja die Nase Du Tulpasch Hu Wie das brennt Du solltest doch das Kleid bügeln und nicht meine Nase Entschuldige Dag Das wollte ich nicht Das will ich auch stark hoffen Womit kühle ich die Nase nur? Ah Mit der Wäschestärke das tut gut Jetzt fängt das Eisen erst richtig an zu qualmen Und husten muss ich Nein Das ist ja nicht mehr auszuhalten Ich höre jetzt auf zu bügeln Herr Jemine Dich Musst du denn das Bügeleisen ausgerechnet in den Wesereimer stellen? Ich kann doch nichts sehen Du meine Güte Was ist denn hier los? Nehmt ihr ein Dampfbad? Wir wollten eigentlich nur ein wenig pläten Fräulein Emma Und dazu müsst ihr hier alles vernebeln Ich glaube Am besten lasst ihr mich die Arbeit tun Vor allen Dingen dürftet ihr keine Steinkohle in das Bügeleisen tun Sondern Holzkohle Das gibt weniger Qualm und beißt nicht so in den Augen Seht ihr So wird es gemacht Wirklich tadellos? Emma Sie sind eine Perle Wenn sie uns nicht geholfen hätten Ich muss doch einmal sehen Wie man eigentlich in so einem Ballkleid aussieht Wundervoll Es steht ihnen ausgezeichnet Meint ihr? Ach ja Wie gerne möchte ich in diesem Kleid auf dem Hofball tanzen Die Belohnung haben sie sich verdient Mit der Ablieferung des Kleides eilt es ja nicht so Wir werden die Augen offen halten Vielleicht kann ihr Wunsch erfüllt werden Die Diggedaks haben es jetzt eilig Denn sie müssen zum türkischen Gesandten Du hast den Mund wieder mal sehr voll genommen Dig Wie kannst du dem Mädchen solchen Floh ins Ohr setzen? Kommt Zeit Kommt Rat Sage ich Wenig später melden sich die beiden in der türkischen Botschaft Salam Aleikum Erhabene Alben Yusuf Ibn Eid Narbay Wir stehen zu ihren Diensten Bismillah Marrakesch Ich möchte mein Nagile mit Tumbak gestopft und die Shishe mit frischem Wasser gefüllt haben Einen Augenblick Geduld Erhabener Bay Da müssen wir erst einmal im türkischen Wörterbuch nachsehen Aha Nagile heißt Wasserpfeife Tumbak ist persischer Tabak Und die Shishe ist der Wasserbeheiter des Nagiles Eben wollen sich Dig und Dag an die Arbeit machen Als ein Depeschenböte eintritt und dem bei zweiamtliche Schreiben übergibt Hamdulillah Eine Einladung zum Hofball Endlich kann ich einmal hingehen Sonst kam immer irgendetwas dazwischen Und was ist das hier? Meine Rückberufung nach Konstantinopel auf Befehl des Saltans Und zwar sofort Beim Scheitern in der China Dann kann ich doch wieder nicht auf den Hofball gehen In den Kamin mit den Einladungskarten Ich brauche sie nicht Werfen sie die Karten nicht fort Weiser Fürst des Morgenlandes Bitte Schenken sie sie uns Was fällt euch ein Elendes Dienerpark Bei Allah Haltet ihr euch etwa für würdig Den Gesandten der Hohen Pforte zu vertreten Hinaus mit euch So nahe am Ziel zu sein und abgewiesen zu werden ist bitte Nicht den Mut verlieren DAG Da kommt Meister Schwarz Der kann uns sicher helfen Ach bitte Meister könnten sie uns wohl mit hinauf aufs Dach nehmen Warum denn nicht Die Dicke Dachs erklären dem Schornsteinfegermeister in wenigen Worten Was sie vorhaben Natürlich soll Emma mit August auf den Hofball gehen Los Dick Ich seile dich in den Schornstein ab Hoffentlich hat Ali Ben Yusuf nicht inzwischen die Karten verbrannt Hoffen wir lieber Dass er nicht in seinem Zimmer ist Er könnte die Sache leicht für Spionage halten Aber Dick hat Glück Die Karten liegen noch unversehrt im Kamin Und der Gesandte ist gerade im Nebenzimmer beim Kofferpacken Ich habe sie Ich habe sie DAG Das ist ja herrlich Dick Aber du siehst wie ein arabischer Flaschenteufel aus Vielen Dank Meister Schwarz Und wenn sie irgendeinen Wunsch haben Wird er ihnen kostenlos erfüllt Ich werde daran denken August Rate mal Was wir hier haben Du anst es nicht die Karten für den Hofball Det ist ja dufte Mensch Ich habe mir inzwischen überleicht Det euer Vorschlag von wie jen den neuen Helm Ja nicht so schlecht ist Ich habe nun mal so ein Ding je baut Das ist ja eine Wucht August Den musst du unbedingt aufsetzen Wenn du mit Emma zum Hofball gehst Ewa wat soll en babidi denn bloß anziehen Für Emma ist schon gesorgt Und du bist doch Hauptmann der Berliner Schützengilde Du ziehst ganz einfach diese Uniform an Na klar August Ich werde gleich Emma Bescheid sagen Emma Tschadde du da bist Willste uns denn mit je alt lächerlich machen Na höre mal August In der Uniform In der Uniform siehst du schneitiger aus als mancher Gardeoffizier Und dann das Kleid Emma hat recht Selbst in dieser hochvornehmen Gesellschaft werdet ihr überhaupt nicht auffallen Man wird August für einen Türken halten Die haben nämlich auch solche Helme Darf ich das Ballkleid schon anziehen? Noch nicht Die Frau Pivken braucht es sicherlich auch für diesen Ball Da muss uns erst noch etwas einfallen Da kommt auch schon die Oberkammerjägermeisters Gattin hereingerauscht Wo ist mein Ballkleid? Vom Modehausschnippel habe ich erfahren Dass es hier irgendwo abgegeben worden ist Ich will es sofort wieder haben Machen sie sich bitte keine Sorgen Gnädige Frau Wir bringen das Kleid selbstverständlich für sie nach Potsdam Denn während der Bahnfahrt ziehen sie es ja doch nicht an Na schön Aber wehe Wenn ihr es mir zerknittert Dann bekommt ihr es mit meinem Mann zu tun Adieu Mahlzeit Gnädigste So Die wären wir erstmal los Nun wollen wir weiter sehen Der Berliner hat seit Wochen eine Riesensensation Will er auswärts Kaffee kochen Eilt er flugs zur Bahnstation und mit Dampf sich fortbewegend Findet er die Richtige Gegend Handwerksbursch und Tippell Bruder Leutnant und Kommerzien Rat bilden Täglich ganze Fade Die der Zug geladen hat Harte Sitze oder Weiche die Begeisterung ist die gleiche Vater fährt hinaus mit Mutter in Potsdam Ist die Endstation Wo sie Stullenberge futtern selig zwischen Rotem Mohn Diese Wanne ohne Schranken ist der Eisenbahn zu danken August und die Emma wollen sehr gespannt auf jeden Fall ebenfalls nach Potsdam rollen Dort ist ja der große Ball Schon erscheinen weitere Gäste meist in Frack und weißer Weste Auch Frau Kammerjägermeisterin geht erwartungsvoll zum Zug Ich muss heut den Hof begeistern mit dem Kleid Bedenkt sie klug Soll mein Mann den Orden kriegen Muss ich über alle siegen Doch kann sie noch gar nicht ahnen Was die Digi Dachs Volllist hinter ihrem Rücken planen Denn sie weiß nicht Was ihr wisst Folglich wird sie voll Vertrauen auf Erfolg bei Hofe bauen Die Frau Oberkammerjägermeisters Gattin fährt natürlich erster Klasse Während Dig und Dag aufs Wagendach hinauf müssen Weil es für sie keine anderen Plätze mehr gab Habt ihr das Kleid? Fragt sie Strich selbstverständlich In Potsdam bekommen sie es Dann erscheint der Stationsvorsteher Bitte die Türen schließen Zurücktreten Abfahrt Der Zug rollt aus dem Potsdamer Bahnhof Hör zu Dag Wenn wir hinter Steglitz sind hängen wir den letzten Wagen mit der Oberkammerjägermeisters Gattin einfach ab Das ist das Ei des Kolumbus Zwischen Steglitz und Lichterfelde löst sich die Wagenkupplung Gleich ist's geschafft Gleich ist's geschafft Und nun lassen wir die Herrschaften sausen Eigentlich ist das sehr hässlich von uns Dig Ich habe keine Gewissensbisse Die Frau Pivken ist jede Woche auf einem Ball und schnort Orden für ihren Mann Und immer trägt sie ein neues Kleid Zu spät merkt die Frau Pivken Was los ist so eine Frechheit Herr Lokomotivführer Sofort anhalten Das Geschrei geht im Rattern der Räder unter Dark beugt sich hinunter und ruft August und Emma zu Das alles in Ordnung ist Ich bin ja so glücklich August Wartest hier jeluzäglich leicht knallt dir der Koffer auf die Frisur Dahem was schon Wenn ich nur den eisernen Zacken nicht auf den Hut gehabt hätte Oh Lieber August Du bist ja ein richtiger Held Für mir ist det en bewiesst det die Erfindung Tschad is Und mein August wird durch sie gewiss berühmt werden Na Wenn det ne jute Erfindung sein soll Will ich nicht mehr Krawutke hässen Sehn es eh sich mal meinen Koffer an Sie Spitzkopf Inzwischen hat die Oberkammerjägermeisters Gattin den abgehängten Wagen verlassen und ist auf einen Bauernwagen umgestiegen Der zufällig des Weges kam Bringen sie ihre Gäule ein bisschen in Trab Ich muss möglichst schnell nach Potsdam Det ist zur Wille verlangt Jenediste Erstens hab ich die Szene Windhunde vor mein Wagen Unzwedens fahr ich bloß bis Zehlendorf Zum Glück für die Frau Piefken kommt der Gutsherr von Steglitz Der General Wrangel In einer von zwei schlanken Rennern gezogenen Kalesche daher Na nu Jenedige Frau reisen ja heute ja nicht standes jemäß Ach Bester General Helfen sie mir Aber je wisst doch Wart GSN passiert Jenediste Die Diggedaks haben mir einen übeln Streich gespielt Der Wagen des Herrn von Bränge Rollt in Richtung Potsdam davon Unterwegs malt Frau Piefken das Verhalten der Diggedaks in den schwärzesten Farben Emmas Wunsch geht in Erfüllung Majestät ist sehr entzückt von der seidenen Umhüllung Die sie wahrhaftig köstlich schmückt Augusts Helm erregt natürlich sein besonderes Augenberg Er bewundert drum gebührlich des geschickten Meisters Werk August schweigt indes betreten Als der König spricht Ei, ei, ich vermute Sie vertreten den Gesandten der Türkei Digg und Digg wollen sich verstecken Ehe es dazu zu spät Sie befürchten voller Schrecken Dass sich ein Skandal entlädt Et hat ja keinen Zweck zu schwindeln Majestät Ich bin nicht der Tür XCHE Jesante Sondern der Sattlermeister August Pickel Gleich an die Jungfernbrücke Den Helm HC Karma selber je bastelt? Interessant Der militärische Wert dieser Kopfbedeckung Scheint mir nicht gering zu sein Ich will gleich einmal eine Probe aufs Exempel machen Man bringe mir einen Holzhammer mittleren Kalibers Die Furchtlosigkeit meiner Soldaten wird beträchtlich wachsen Wenn sie sich im Kampfgewühl auch von oben geschützt wissen Das unbewährte Haupt war schon immer die Achillesferse des preußischen Heeres Halten Sie mal einen Augenblick still Herr Pickel Und nun mit aller Kraft für König und Preußens Gloria Hurra, Hurra, Hurra Ich sehe, der Versuch ist gelungen Dieser Heim wird in der Armee eingeführt Und sie stellen ihn her Am Eingang des Saales entsteht Verwirrung Eine Dame in gar nicht hofballmäßiger Aufmachung stößt die Diener beiseite und stürmt in den Saal Da ist sie Kreischt die Oberkammerjägermeisters Gattin Als sie Emma in ihrem Ballkleid erblickt verhaften sie sie Majestät Sie sie ist eine Schwindlern Die G und Dag Die oben auf dem Thronhimmel liegen Sind bestürzt Was wird der König tun? Schließlich ist die Frau Pivken eine Dame der Gesellschaft und Emma nur die Tochter eines Guckkastenmannes Wir müssen hinunter und alles gestehen Dazu kommt es nicht Die G und Dag haben sich zu nahe an den Rand des Thronhimmels gewagt Der für solch eine Belastung nicht vorgesehen ist Hilfe Der preußische Thron wangt Wer aber verhindert den vollständigen Zusammenbruch des stolzen Gebildes? August Pickel Der in dem allgemeinen Durcheinander aufrecht und stolz wie eine deutsche Eiche stehen bleibt und die Herr Niedersturzende lasst mit der Helmspitze auffängt Der König spendet ihm großes Lob Solche Männer wie sie, August Pickel sind die wahrhaften Pfeiler des preußischen Staates Dieser Ordens sei der Dank für ihre rettende Tat Ihre Erfindung aber wird als die Pickelhaube in die Geschichte eingehen Schwierige Wetten sind die Diggedags eingegangen Die Erste gegen den wettfreudigen Vertreter der englischen Lokomotivfabrik Stephenson gewinnen sie mit einem Trick Ob es ihnen aber auch gelingen wird Eine schlagfertige Berliner Marktfrau für kurze Zeit sprachlos zu machen Davon und von der Wettfahrt zweier Lokomotiven berichtet das nächste Kapitel Und von der Wettfahrt zweier Lokomotivfabrik Stephenson Und von der Wettfahrt zweier Lokomotivfabrik Stephenson Und von der Wettfahrt zweier Lokomotivfabrik Stephenson